Die Nightpage Media präsentiert Lach- und Sachgeschichten mit der halben Bierkiste. Franz Zehnbier liest aus seinen Kolumnen. Wissen ist Macht. Aber wer weiß das schon so genau? Ich habe da immer wieder ein ungutes Gefühl, gegen das Unwissen anderer machtlos zu sein. Doch alleine viele Informationen zu besitzen oder zu sammeln, bedeutet noch lange nicht, etwas zu wissen. Da geht es mir so, da geht es dir so, das geht den NSE so. Erst wenn man die Informationen verarbeitet, entweder klassisch im Kopf oder mithilfe von Software, die aber auch nur, wenn auch anderen klassischen Köpfen entsprungen ist, kann daraus wissen werden. Muss es aber nicht. Wie sagen Sie jetzt, muss es aber nicht? Genau, denn euer Kopf bzw. die eingesetzte Software macht aus den Informationen sogenanntes Wissen. Die Köpfe, sprich die Software, ist darauf konzipiert, aus den Informationen das vermeintliche herauszufiltern, das wir zu finden begehren. Die meisten von uns kennen das. Wenn man im Internet etwas sucht, da erhält man selten gleich die richtigen Suchergebnisse, dafür jede Menge Werbeanzeigen. Doch es gibt ja zusätzliche Suchkriterien, was für dich und mich aber nicht bedeutet, den gesuchten Informationen näher kommen zu müssen. Jeder weiß sicher aus eigener Erfahrung, je konkreter man etwas sucht, je geringer die Ergebnisse. Doch wer viel wissen will, wie zum Beispiel die NSE, muss beim Durchforsten von Informationen viele Suchkriterien angeben, wobei er dann wieder auf unübersichtliche Mengen von Ergebnissen kommt. So kann es passieren, wenn du oder ich sich in einem Forum oder bei Facebook USA-kritisch geäußert haben oder ein Gefällt-mir-Klick bei einer Satire über die USA oder die Taliban gemacht haben, dass dir oder mir die Einreise in die USA verweigert wird. Oder wenn es hart auf hart kommt, du oder ich von den NSE aus deinem Zuhause entführt werden, ins Ausland verschleppt und gefoltert werden. Doch um Letzteres zu erreichen, werde ich sicher noch die eine oder andere Kolumne schreiben müssen. Um das Thema besser zu begreifen, mache ich jetzt mal einen Perspektivwechsel. Nehmen wir mal ganz fiktiv an, ich wäre Innenminister unseres Landes und ich sammle Informationen über Sie, ohne dass Sie eine Ahnung davon hätten. Ich wüsste zum Beispiel, dass Sie, ja, Sie meine ich da vorne in der ersten Reihe, dass Sie der festen Meinung sind, dass der Staat, die Regierung, Ihnen spricht dem Volk, eh kein Gehör schenkt. Solange Sie nicht wissen, dass ich davon Kenntnis habe, scheint alles gut. Doch wehe, Sie erfahren das, weil einer der mir untergebenden Mitarbeiter nicht mehr in seinem gut überwachten Hause leben will, sondern es vorzieht, in einem Transitbereich eines Flughafens zu nächtigen oder in einem Land zu leben, wo ein großer Demokrator regiert, der selbst Gesetze gegen spule Propaganda erlassen hat. Dann entrüsten Sie sich darüber, dass der Staat Ihnen keine Privatsphäre gewährt und keinen Datenschutz. Damit so etwas bei uns nicht passiert und ich dennoch alles über Sie in Erfahrung bringen kann, habe ich dafür gesorgt, dass alle Informationen über Sie durch ein befreundetes Land geleitet werden, in dem man auch Interesse an Ihnen hat. Und für dieses Entgegenkommen bekomme ich dann von unseren Freunden die eine oder andere nützliche Information über Sie, wenn es Ihnen notwendig erscheint, um das Bild Ihrer Geheimdienste in unserem Lande ins rechte Licht zu rücken. Zum Beispiel der Tipp der NSE, dass in Mainz ein Tourist mit einem Kaffeebecher in ein ICE steigen wollte. Um Panik zu vermeiden, entschloss man sich, dass die Bahn den Bahnhof nicht mehr anfährt und schickte die Stellwerker in den Urlaub. Doch macht ein Bombenanschlag in einem ICE der Deutschen Bahn Sinn? Wer öfter in diesen Zügen unterwegs ist, soll denn glauben, dass es einer Bombe bedarf, damit die Züge auseinanderfallen. Selbst der dümmste Terrorist hätte das begriffen bei seiner Erkundungsfahrt im ICE mit ausgefallener Klimaanlage, verriegelten Toiletten und Zugtüren mit gelbem Hinweissettel. Diese Tür kann aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet werden. Die Störung wurde bereits gemeldet. Thanks for trouble mit Deutsche Bahn. Die Zeiten, in denen noch Sektkorken im Bordpistot krachen und krachen durften, sind lange her. Aus Angst, ein Korken könne die Wände des Zuges durchschlagen und eine solche Druckwelle, wie sie beim Öffnen einer Flasche entsteht, könne den Zug zerstören. Deswegen gibt es seit Jahren zu ihrer Sicherheit nur noch Piccolo-Flaschen mit Drehverschluss. Und jetzt fehlt mir zum Dreh der Schluss, weil ich noch zehn Bier trinken muss. Und ich behaupte nie wieder, dass man uns ausspioniert. Der Staat schenkt uns einfach nur mehr Gehör. Sprich, die Geister, die ich rief. In diesem Sinne verbleibe ich herzlichst bis zum nächsten Mal. Euer Franz Zehnbier. Sie hörten eine Kolumne von Franz Zehnbier. Eine Produktion der Nightpage Media.